Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauchs Wanderlust. Heute gehen wir die dritte Etappe des Saab-Dies-Weges, von der Hanauer Mühle, sprich zwischen Hangart und Fürth, bis nach Furschweiler. Diese Tour hat etwa 23 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie diese so sind, dann bleibt dran. Musik 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 Hier an dieser Stelle haben wir, das heißt Martin und Andreas vom Kanal Bierwahrer auf Wanda Tour, auf der siebten Etappe Pause gemacht. Anbei hier auch jetzt noch schöne Grüße an euch beiden. Musik 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 Jetzt haben wir den höchsten Punkt der Tour erreicht, bei 470 Höhenmeter. Jetzt sind es noch etwa 8 Kilometer und dann ist Etappenziel erreicht. Musik 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 Es sind jetzt noch etwa 2,5 Kilometer, dann kommen wir auch schon wieder am Etappenziel an. Landschaftlich hat es uns sehr gut gefallen. Noch Hut ab an die Gemeinde St. Wendel sowie auch an die Wanderfreunde Hangart. Die Beschilderung des Saarbliesweges ist top. Man kann sich eigentlich gar nicht verlaufen. Man kann sich eigentlich gar nicht verlaufen. Da können sich andere Gemeinden eine Scheibe abschneiden. Daumen hoch. In diesem Sinne bedanken wir uns wieder, dass ihr reingeschaut habt. Wenn es gefallen hat, einfach einen Daumen hoch, sowie über Kommentare würden wir uns sehr, sehr freuen. Also, bis dann, sagen Sarah und Marco. Tschau, tschau. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Noch etwa 2,5 Kilometer, dann kommen wir am Etappenziel an. Landschaftlich hat es uns heute richtig gut gefallen. Ja, dann wird es nicht mehr weiter. Es wird gut ab, wie die Beschilderung dann. Genau.